go hallo liebe freunde und herzlich willkommen hier bei gsg 9 wieder mit dabei der brilli der nichts maul halten kann und der mene moin so ein neuer tag ein neues glück gesundheit ich glaube ich habe mir da mal mit dem rücken gebrochen wo hinten ist einer alter ich bin schon komplett rot einfach aber du mal wieder aufpassen kann dahinten ist auch wieder die beste ist noch einer aber jetzt aber direkt geschossen wir haben jetzt glaube ich minuspunkte kassiert oder wie wo ist denn der andere wort der lichter hier wo er hier und es hier guck doch einfach den habe ich doch schon ja also liegt der erste sind noch zwei meine güte den ersten habe ich doch überhaupt nicht gesehen haben wir dafür minuspunkte bekommen weiß ich nicht er hat dich doch rot geschossen ja dann lösen wir jetzt hier die ganze map zwei am anfang und wir leben noch ist doch schon mal ganz guter start ist schon mal nie ganz übel ich habe leider vergessen wie vieles insgesamt da steht einer aufzuschießen mann die letzten drei folgen normalen und da war der nur am rumfrecheln gegen mich fahrt wer wir hier in den beiden na klar aber was war denn da los ich bin total im team ja mach hier ja mega ansagen und hier macht mich nur fertig das ist genau das ist genau das ist gut auf den punkt gebracht du machst ansagen was ist denn hier hier war aber damals nicht so viel wir haben echt irgendwas geändert es gab aber kein patch zur letzten wir hier ist total viel nebel einfach es hast du vielleicht sowas an wie die maschine in video dls oder so ich habe irgendwann neue treiber installiert ja weiß ich nicht weil es kann halt sein dass die da einfach mehr mehr nebel machen aber das ist bei mir war jetzt auch so ein bisschen der fall ohne unter nacht sich gerät ein bisschen komisch bei mir auch ich bin parallel er sieht ja total nebelig ist das hier ok trennen wir uns ja ich gehe unten lang wie immer wartet ich komme jetzt mal gucken ja wo bist du denn ja war halt einfach ich höre schritte da ist mir egal ob der irgendwas gemacht hat der hat mich so erschreckt der hat aber wieder gut ist gebackt irgendwie rechts ist ok ist links nur irgendjemanden wenn es ist bei dir ja geht nicht runter geh auf zum wir haben sie noch mit bädern und wie mal einmal anstürzen wir hatten auch geschossen ich weil ich glaube hier mit meinen beiden roten beinen an minus 50 dalle züge ich nehme über die nehmen minus 50 und schaffe es diesmal ja ja ich würde gern mal 100 was würdest du also ein a wenigstens eine eigene maps modden und dann machen wir mal eine map ich denke mal a ist nicht das beste sondern es wäre ja dann auf jeden fall müssen wir mal müssen wir so gut sein dass wir auch keinen mehr schießen müssen das wird nicht funktionieren ich habe einfach reaktionen wie ein geiler mensch wie ein geiler mensch ach hier wieder unser lieblingsort bei der fahrschule auch zwei verschiedene anhaltewege die leute diesmal gehen wir einfach in die küche aber wir lassen diesen kleinen raum sein alter super idee er hat mich denn geschossen wer hat dich geschossen von draußen einer vermutlich ich fahrt nicht ach wie von draußen einer da hinten ist einer oder der zwiebeln ist so und so hier war einer ja da hinten ist einer da hinten wo Brilli glaube ich jetzt lange da ist einer aber war das derselbe der mich angeschossen hat? ich weiß nicht was kann sein das kann sein das läuft bei Brilli wie schlecht ich gerade gezielt habe das war der Brilli oder? ja warte wieso das denn? ja ich bin halb tot du bist tot die Hälfte hatten. Okay. Also wenn wir den Raum, in dem Brilli mich jetzt gekillt hat, wenn wir den gut hinter uns gebracht haben und dann stirbt einer von uns, dann sollten wir weitermachen. Aber bis zu dem Raum... Ja, aber wir... Brilli, du kannst dir aber nicht einfach irgendwelche Räume skippen, wo potenziell Leute drin sind. Nee, aber guck mal, dieser kleine Raum, den ihr da meintet, können wir doch, wenn wir dann jetzt in die Küche gehen, ja? Gehen wir da rum, klären alles auf den Weg und am Ende können wir halt dann nochmal da hingehen. Ja, und wenn der dir den Brücken fügt? Ja, aber guck mal, wenn du da in diesen Raum gehst, dann siehst du doch, da kommen doch alle von dem Hof. Da steht einer dahin. Oder ist das einer von euch? Hier ist einer. Ach, der Mähne ist schon viel weiter vorne. Ja, mein, wo bist du? Sehr gut. Was ich sagen will, ist, dann kommen die ganzen aus dem Hof, was noch das Schlimmer ist. Alter, das steht doch nicht immer vor die Flinte, man, du der ist echt. Junge, was war denn da überhaupt? Ja, was war da? Feuerwerk ist da, aber drunter ist rein. Junge, ey. Das ist ja nur groß, Alter. Boah, wie viele sind das denn, die hier kommen? Alle. Ohne Witz. Ich hab ein paar gekillt, aber ihr seid auch tot, ne? Ja, wir sind beide tot, ja. Ich hab Brilli geschossen, weil mir genau auf die Flinte gelaufen ist. Ich schieße und er, geh mal durch. Ich wollte nur gucken, wo hier was ist. Das hast du am Anfang mit mir auch immer gemacht. Ich hab ne schwere Rüstung, da passiert mir schon nicht. Was du am Anfang mit mir auch immer gemacht hast. Ja, aber ich lerne ja wenigstens. Ich hab einen gewissen Lerneffekt, eine Lernkurve. Bini ist immer nach. Du, die Lernkurve, Alter. Ich zieh da unten durch, ich. Ich hab eine gewisse Lernkurve. Hauptsache vorrennen. Ich bin als letzter da durch. Hier geht's gar nicht lang, okay. Gehst du außen, Zwiebel? Ja, ich geh links lang, quasi. Die hatten der eine sich eben einfach ergeben, oder was war mit dem? Ja. Jene, wo bist du? Okay. Oh, jene hat einen. Liest der mich an, ne? Ich stehe direkt vor dem Ziel auf sein Gesicht und der zickst ne Waffe. Geiler Typ. Ich bin hinter dir. Wo ist die Waffe? Talk reporting. Affirmative Entry Team. Ich will die Waffe nicht. Suchtum, ich sicher immer den Gang noch. Gehen wir dann trotzdem oben lang, oder? Die Feuerwehr machen den normalen Weg, aber der kam halt einfach. Wo ist denn seine Waffe? Habt ihr sie? Ne. Rausgeflogen, oder nicht der 3 mal hin? Alter, was ist denn das hier für ein Bug? Kommt doch nicht mehr raus. Echt? Kommt grad nicht mehr raus. Kriegt die ja draußen? Weiß nicht. Hier. Okay. War mich wie die da hingeflogen ist. War richtig. Ja, lächerlich. In a whole and bog in. Ich bin hier durchgegangen und hab die Schritte von dem gehört und bin einfach mal vorsichtshalber gucken gegangen. Und dann stand er vor mir. Hast du die Schritte gehört? Huch, hier ist niemand. Ich weiß. Egal, wenn die hier mal so Fallen auch an Türen bauen könnten. Hier, hier. Ist unten, ist unten. Das ist, glaube ich, keine Geisel hier, ne? Ne. Oh, fuck, Mann. Ah, das ist gesperrt. Ja, das ist gesperrt. Roger, Entry-Team. Great work. 35 Punkte. Sacklecken. Was? Sacklecken? Ja. Ich wünschte, man könnte hier in die Fässer schießen, dann kommt da was raus und so. Wein. Ja, ja. Dann macht man hier die übelste Party. Schön, hier die Geisel-Party. Wollt ihr hier? Geht zu euren Wegen. Wir lassen den Mähne da nicht mehr raus. So. Geh du mal rechts, ich geh links. Ich hör Schritte, warte mal. Da hat irgendwas gehört. Ich bin aber sehr sanft, ey. Unten ist diesmal niemand. Ne, hier auch nicht. Ne, alles leer. Warte mich, ob ich jetzt mal tatsächlich als erstes den Taser einfach in die Hand nehme. Wenn mir da jetzt die Treppe wiederholen ist. Zwiebel. Hier ist einer hinter der Tür. Hinter der Tür. Ist der schon tot? Nein. Soll ich ihn tasern? Warte, ich taser ihn. Er ist hinter der Kiste. Rechts hinter der Kiste. Ey, was war das denn jetzt? Ich sehe nicht mal jemanden. Ja. Aber wie? Was, wie? Wie ist Mähne hier gestorben? Ja. Jo. Ja, ist doch klar, Mann. Der hat durch die Wand, durch die Kiste auf Mähne geschossen. Wo ist dein Problem? Ja, ist doch lächerlich. Er hat nämlich hier auch schon auf mich geschossen, wo ich hier stand. Ja gut, aber der ist ja von hier auch rausgekommen. Also der ist hier durchgekommen. Der war hier hinten drin. Also der war irgendwie gegangen da hinten. Der hat mich hier, wo Mähne liegt, hat der mich schon angeschlossen. Da bin ich ja hier hingegangen. Ja, ja, ich weiß nicht. Und wollte tasern. Also der hat hier, musste er gestanden haben, und durch die Wand gespär... Ja, guck mal. Schieß mal. Jetzt ist der Wallhacker. Schieß mal. Ja, das geht durch. Ja, was ist das denn für lächerlicher Mist? Ja, wieso denn? Ja, wieso denn das? Haben Sie sich schon wieder selber erschossen? Haben Sie es schon wieder geschafft? Wir brauchen drei neue. Vor allen Dingen haben Sie sich schon wieder selber erschossen. Ja, halt andere Leute. Alles auf Anfang. Okay, dann gehen wir hier gerade aus. Gehen wir durch die Mitte im Übrigen. Das hat mir... Irgendwann hat mir das ja immer gesagt. Der eine geht durch die Mitte, der andere rechts, der andere links. Quatsch an der Boy, oder? Ja, ist bei dir noch. Hat aber die Waffe weggeschossen. Doch nicht. Wurde. Das ist noch ein zweiter. Das ist auch schon gut. Na. Mähne rasiert. Da war da... Bist du siehe, dass der zweite nicht in die Geisel war? Nee, der hat aufgeschossen. Talk to Entry Team. Roger that. Wo hast du denn deine Waffe hingestellt? Ja. Und wir hatten die Bassen nicht mehr gesehen. Evidence? Achso, das ist ja hier. Talk to Entry Team. Roger Entry Team. Die, die, die habe ich gesehen. Interessant. So, Lee, da gehe ich doch immer... Na ja. Na gut, ich... Okay. Ich wusste nicht, dass wir uns hier schon trennen. Eigentlich sind wir ja immer da alle durchgegangen. Ja. Nee, nee. An der Stelle bin ich immer gegangen. Na ja, da haben wir es. So. Okay. Get down and push your hands up. Hands up. Das geht so nicht. Warum nicht? Weil da was fehlt. Okay, druck ich dann nochmal. So. So bleibt Mene. Also Mene, so geht es nicht. Nee, so geht Mene. Da fehlt noch. Ja. Sind da. Haben alle das schön gehört. Na ja. Schön die Aufnahme reingequatscht. Echt? Mann, Mann, Mann. Da unten ist einer, aber ich glaube eine Geisel. Da unten, der hat keine Waffe. Kniet hin. Ja. Please, get down. Hands up now. Hat er ja schon nicht gewesen. Harnschuss. Hoppla. Hands up. I'm saying anything to me. Ja, man. In the air. Warte auf, Mene. Ja. Ja, Mene, du musst noch mal drucken, du hattest keine Zeit. Harnschuss. Schwarz, ey. Kannst du nicht mal drucken, ey. Das ist so schön doof. Lass aber die Hälfte weg. Ich weiß nicht, ob kommt, also ich hab, ich muss noch mal die alte Aufnahme angucken, aber mir kommt das hier so, so, so blau vor das Licht jetzt hier auf einmal. Vielleicht täuscht es auch, aber. Hands up. Arms out strength. Okay, hier ist keiner. Ich nehm jetzt den Taser in die Hand, Leute. Ja, jetzt mal Taser hier. Jetzt kommt Taser hier. Wenn ich jetzt einen sehe, knallst du. Ja. Please, if you don't mind. Taser man, kommt. Will the real terrorist please stand up? No. Can you put your hands up please? Taser man. Kommt noch ein neuer Film, der heißt Taser Film. Oh, geil. Ai, 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 ai. Den hast du leider ungespann, oder? Alter, ich hab den getasert. Ich hab den getasert. Jo. Ist der bei euch am Zappen? Ist der bei euch am Zappen? Rate, wer gewonnen hat. War er bei euch getasert? Keine Ahnung. Hands up, do it now. Get down. Bro, jeez, hands up now. Lächerlich, ey. Lächerlich. Lächerlich. Der hat ja immer mit seiner Taser-Scheiße. Ja, der hat mich ziemlich erschreckt. Was hat das jetzt damit zu tun? Ja, ich hab nicht so schnell getasert, wie ich eigentlich tasern könnte. Also das war bestimmt 0,5 Sekunden zu langsam. Also könntest du nochmal auswerten dann hier. Ich werd's einfach nochmal probieren. Das ist eine super Idee, echt. Wofür ist der Taser denn sonst? Für Geiseln oder für Leute, die... Also im Hotel hab ich den viel benutzt. Das war ganz praktisch. Im Hotel war das nur für Hotels gebucht, sag mal. Ahaha, das Hotel, wo eine Folge... Mann, ich weiß. Er schießt jetzt schon wieder. Wer? Sagt's mir. War da einer von euch? Ich war's nicht. Ja, ich hab's ja nicht gesehen. Entschuldigung, Prilli war's. Hier ist noch einer. Wer hat noch nicht geschossen jetzt gerade eben? Boah, wir hätten eigentlich einen kalten Niederstrecken. Ja. Nee, gab's nicht. Gab's nicht. Er ist nicht runtergegangen. Da hab ich ihm in den Arm geschossen. Er ist weiterhin nicht runtergegangen. Ja, gut. Einer war da eine Wattloch rausholt. Was soll ich denn machen? Dann ist ehrlich. Aber du hast es noch nicht geportet, oder? Doch, doch. Echt? Ich hab's noch keinen geportet gesehen, komisch. Ich bin noch sauer wegen seinem Kumpel hier. Ganz ehrlich. Sollten wir jetzt... Alter! Wo? In den Gang, in den zweiten. Ich bin hinter dir, Prilli. Ja, warte, ich geh jetzt. Wir sind down. Da sind zwei, oder? Irgendjemand, da war eine Atte gezüngelt. Ich hab gerade eingeschränkte Sicht. Vielleicht hast du zu viel Bier getrunken. Ich hab aber auch keinen Taser, Junge. Schön in C getasert. Taser immer nur der Wader, Alter. Oh! Oh, Mene, du lebst so am Rand, wo das Nervenzusammenbruch ist. Wieso? Da komm ich immer raus. Ja, aber da kommt er da rausgeschossen, hier wie Soyuz 5. Echt? Syri, bist du da? Ja, ja. Wer hat fuck you gesagt? Soll ich da mal hochflashen? Weiß ich nicht. Und dann sollten wir flashen, wenn wir hier oben sind und in die andere Richtung dann noch. Jo. Pass auf. Ich werfe die Flash, okay? Oh ja, das ist ein Taser. Ich werfe den Taser. Ich werfe den Taser. Bumm. Please, get down now. Please, get down now. Hands where I can see them. Hands up. Niemand? Okay, hier ist keiner, nein. Get down, I wanna see hands. I wanna see hands. Okay, Taser. Ich schieße jetzt mal so einen Korken von der Sektpulle und die trifft ihn dann bestimmt in den Sack. Jetzt kommt Taser, Taser-Man. Da, da ist wieder Fuck you. Taser-Man, Taser-Man. Fuck you. Mach gleich den Strip-Taser. Arms outstretched. Achtung. Das ist wieder deine Lieblingsecke, die jetzt kommt hier. Boah, ich hab jetzt schon... Der hier. Hands up now. Drop your knees. Soll ich da nochmal hochflashen, oder was? Jede Stufe. Quick save. Texturen sind einfach trotzdem immer mega gut. Ja. Trotz Nachtsicht. Nee, hier in dem, in der, in dem Turm hab ich immer die Taschenlampe an. Okay. Ha! Ich hab ihn. Drop the weapon, now. I dropped it, okay? Drop it now. Ich hab ihn getasert. Der britzelt sogar noch. Weil, wie macht der das vor der Küche, ohne Waffen zu gucken? Ja, ohne zu gucken, ja, Hauptsache. Ich muss das ja machen, weil... Ja, sofort. Ich muss die Waffe ratzig jucken. Aber da ist noch einer in der Küche, glaube ich. Ja, ich hab auch schon zu tun. Woll ich mal eine Flash reintun? Ja, mach. Nee, warte mal, der hat die Hände hoch. Hands up. Down on your knees. Er ist unten, er ist unten, er ist unten. Gehst du in den Nebenraum, ich geb dir Deckung? Ja. Civilian cuffed and prep for evac. This is time. Ich hab's euch gesagt. Gebt nicht in diesen Takt neben mir. Das sind meistens mehr als einer, warte. Das ist so dumm, was wir hier tun wieder. Der hat auf uns geschossen. Ja, weil ihr wieder da reingegangen seid, ey. Wir haben doch eben noch drüber geredet. Ihr kapiert es nicht. Ja, kapiert es nicht, ne? Du kapierst nicht, dass die uns von hinten auch aufräumen können und so, ne? Ja. Kapierst du einfach nicht. Das können sie doch jetzt noch genauso. Nee, jetzt sind sie tot. Nee, im Hof sind etliche. Nee, da sind nicht etliche. Und in diesem kleinen Raum, wie gesagt, selbst wenn da einer ist und von hinten kommt, es kommen immer noch mehr aus dem Hof. Wer schießt denn jetzt schon wieder? Ich? Ja, ich bin weiter. Kommt. Ich muss wieder ne... Nee, der Hand ist tot. Ich muss wieder... ...ne Flasch, ne Flasch nach oben werfen, Leute. Ne Flasch nach oben. Und dann gehen wir direkt hoch, okay? Okay, Flasch kommt. Nein. Was? Oh, shit. Ich hab doch gesagt, ich werf die Flasch. Du hast doch auch nicht gesagt, ich werf die Flasch. Natürlich. Ich muss ne Flasch nach oben werfen. Nein, du hast gesagt, ne Flasch nach oben. Ja. So, ist oben. Einer unten. Kommt einfach hoch. Ja, räum nur einfach mal dein Kram hier erstmal weg, ey. Echt. Wie ein Hühnerhaufen. Überhaupt nicht koordiniert. Und ich häng hier... Hä? Ich hab doch einfach nur nach oben geworfen, bin nach oben gegangen. Was hab ich denn gemacht? Ich häng hier fest. Ich bin hier irgendwo reingebuckt. Wo bist du? Auf der Treppe. Ja, da häng ich auch gerade. Musst du ein bisschen vor und zurücklaufen. Sieht niedlich aus. Chemlight kann auch schmeißen. Ne, ich komm hier nicht weg. Ich bewege mich gar nicht mehr, außer... Oh, Gott. Au. Hilft das? Hilft das? Du musst immer Richtung Mitte zu laufen und dann wieder rückwärts gegen die Wand. Nein, nein. Ich bewege mich gar nicht. Du hast mich jetzt geboxt, so wie, ne? Ja, ja. Ich hab gedacht, vielleicht... Oh, nee. Nee. Geiles Spiel. Auf wen schießt ihr denn? Warte mal. Wie war denn das? Wie war denn nochmal, ähm... B. Kannst du, ähm... Springen? Flash Stuck eingeben? Wie kann man chatten? Gar nicht. Ich dachte, man kann irgendwie chatten. Wo kommt einer vom Hof? Get down now. Boah, überall hör Schritte, ey. Warte mal, Reg, was machst du denn nicht? Meine Beine sind beide schon kaputt, aber nö. Ich komm ja nicht mehr weg. Vielleicht ist es, weil deine Beine kaputt sind. Warte. Es kann sein. Nee, die hab ich ja kaputt geschossen zum Testen. Nein, nein. Du hast mich ja angeschossen, sag mal, spinnst du? Die Beine. Ey. Gut. Early Access. Schönen Gruß. Ach, wir waren so gut. So, jetzt können wir uns bitte darauf einigen, dass du diesen kleinen Raum einfach lassen. Da waren schon öfter mal welche drin, weißt du, ne? Ich hab aber doch schon jetzt hundertmal versucht zu erklären. Hört mir doch einmal zu. Dass selbst wenn da einer drin ist, ist es immer noch nur einer. Wir gehen in die Küche, warten und gucken uns den Raum an. Und wenn dann drei Sekunden lang keiner rauskommt oder wegen wie auch zehn, dann gehen wir weiter. Weil wenn wir in diesen Hof einmal reingucken, dann kriegen wir direkt komplett... Werden wir zugeballert. Es geht ja nicht um den Hof. Da hinten kommt einer. Wo? Sie werden uns aber immer da angreifen. Weil da etliche sind, dass er es nicht rallt. Es geht nicht um den Hof. Es geht um den einen Raum hinter dem Hof. Ja, richtig. Ich weiß. Und ich habe doch gerade schon erklärt, wir können doch einfach in die Küche gehen, kurz warten, weil die kommen, wenn wir da sind. Oh! Alter, Junge, du bist so bescheuert, ey. Suspect killed. Talk to high ground. Roger. Alter. Notifying medical. Da hinten steht noch einer. Gut reagiert. War das hier ein Zivilist, Mene? Ja, nee. Suspect. Wie hast du ihn runtergekriegt? Ich habe ihn angeschrien, dann hat er die Waffe weggeschmissen und ist auf die Knie gegangen. Ja, gut. Ich habe hier noch einen gekriegt im Tunnel, ne? Boot oder Suspect? Ne, ne, der ist tot, der hat auf mich geschossen. Kommt noch einer mit? Ich würde den gerne sichern, aber einfach hinten in dem Tunnel da unten reinlaufen. Ja, hinten da lang, Trilly, genau. Ich höre jemanden röcheln. Das ist der hier. Wo ist die Waffe? Hier. Okay. Was war das? Fangschuss, oder? Der ist immer noch am Röcheln. Ja. Das bin ich. Alles gut. Eure Taschenlampen, das ist so buggy, diese Taschenlampen. Eure vor allen Dingen. Ja, ich weiß, ehrlich gesagt, kann jemand nicht sagen, wessen das ist. Ich habe meine so gut wie immer aus, weil ich habe immer Nachtsicht auf dem Kopf. und ich habe mir noch den Türöffner gesehen. Was ist denn da dem Fass noch nach? Der hier! Fuck you! Fuck yourself! Bist mal energisch gesprungen! Der Messerjocke! Nein, nein! Arschloch, ey! Der wollte Messern! Ja! Guck einer an! Der Messerjocke! Mit dem Messer zu einem Waffenkampf! Gab es mal eine Folge von Mythbusters! Dass wenn du ein Messer hast und der andere hat eine Pistole 10 Meter Entfernung, die Waffe geholstert, dann hat der so gut wie nie eine Chance gehabt, die Waffe zu ziehen und zu schießen. War der mit dem Messer immer schneller! Okay! Wie kommt man auf die 10 Meter ran? Ja, einfach... Er ist dann... Gerannt? Halt! Nein, nein! Ich meine, wie kommt man so, dass man 10 Meter entfernt ist? Jetzt nochmal kurz! Ja? Wir lassen den kleinen Raum, gehen in die Küche! Okay! Ahem! Ich hab... Wie ich meine, was erzählen wir denn? Get down and show me your hands! Aber müssen wir nicht erstmal die Zwischen... Zwischenstation machen, Brilly? Ja, ja! Ja! Aber wir gehen einfach nicht... Ah ne, wir sind ja von oben! Guck mal hier unten durch gerade, ob da jemand ist... Ne... Da hinten im Zimmer ist einer in dem Durchgangsbereich da. Äh, da ist glaube ich bis jetzt auch immer einer gewesen. Sollen wir eine Flash einfach reinwerfen? Stop! Ziegel! Sollen wir eine Flash werfen? Ich werfe. Mach hier die Tür zu! Mach doch die Tür zu, Mann! Warum machst du es nicht? Alter, es ist so dumm! Jetzt kickt der die auf wieder! Gehen wir einfach hoch oder was machen wir da, Mähne? Ja, das sind zwei, einer hat sich schon... Ich hör Schritte! Oh oh oh! Draußen Schritte, Zwiebel, pass auf! Alter! Der wollte mich messern! Oh, Entschuldigung! Wer hat mich denn jetzt? Ich! Entschuldigung! Ja, kein Ding! Lebt er noch, aber der wollte mich messern hier! Alter, da kommt der nächste, der mich messern will! Bleib mal am besten unten bei dir, wa? Mähne, wo bist du? Mähne ist oben! Und hab zwei, genau! Warst du schon in den, in den Zimmer hier, Brilli? Ne, wir gehen auch erstmal hoch! Okay! Hier oben ist ne, ne verschlossene Tür! Sollen wir die mal aufsprengen? Ich hab C2 dabei! Hier geht's raus, ne? Lass da erstmal die erste Tür hinmachen, oder? Oder war da irgendwas mit? Die war zu! Ja, ich mach mal auf! Warum ist die hier offen, die Tür? Echne, du bist da drin! Echne, drin! Guck mal erstmal rein! Ich weiß grad nicht, was hier war! Ok, guckt einer direkt! Oh fuck! Ja, aber ich glaub ich hab zu früh geschossen! Oh fuck! Leute, hier ist einer drin! Der guckt mit seiner Waffe nicht auf die Tür, sondern daneben! Ja, lass mich mal ran! Warte, warte! Der C2 hin! Ja, ok, aber der steht hier, wo ich jetzt stehe, und guckt auch so auf die Wand! Oh fuck! Oh fuck! Was? Get on the ground now! Hands up! Do it now! Get down! Hands up! Get on the ground now! Ok, der hat sich ergeben! Gut! Ich wollte eigentlich die Tür gar nicht aufmachen! Habt ihr den jetzt noch erschossen? Ja, weil er aufgestanden ist und ein Messer gezogen hat! Hier Leute! Hier ist ein Fenster! Da kann man, wo wir gleich lang gehen müssen, gut einsehen! Alter, was geht denn jetzt hier schon wieder ab, ey! Hier ist jetzt der Hof, ne? Ja! Da unten steht einer im Hof! Da unten steht einer! Da unten steht einer! Da unten steht einer! Da unten steht einer! Okay, was ist denn mit ihm? Jetzt geht's! Jetzt hat er seine Waffe gefallen lassen! Ihr habt gehört, dass unten im Hof einer steht! Ja, ja! Können wir von hier jetzt eh nicht so gut machen! Boah, wir machen doch erstmal hier oben zu Ende, oder? Bevor wir runtergehen! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Hat er irgendeine Waffe weggehoffen? Ne, ne? So, ich guck mir mal den Hof an! Wisst ihr was? Eigentlich müsste einer von uns hier bleiben! Ähm, bis die anderen da durch die Tür kommen! Hm... Der steht genau unter uns! Der hat sich aber schon ergeben gehabt! Der stand aber noch! Okay! What? Hä? Der hat gesagt, shut the fuck up and let me think! Kommt ihr? Ja, ja! Ja! Hier liegt jetzt gleich irgendwo der Bulle! Ja! Was ist mit der Tür hier? Achso, das war die, die offen war, ne? Ich mach die mal zu, ja! Die der... ...Bulli nicht zugegriffen hat! Wie viele Officers müssen wir reporten eigentlich? Keine Ahnung! Top 2! Wo ist der Zweifel? Sobald waren wir noch nicht! Das ist Talk! Okay, gleich in den Hof oder erst mal hier? Wir haben, glaub ich, noch unten hier die Räume noch nicht gemacht! Sollen wir die grad erst machen? Vorsicht, die Tür ist offen, ne? Ja, ich guck hier mal unten durch! Hier seh ich jetzt niemanden, ne? Denk an Fallen! So! Wer war das? Hier draußen! Der war hier draußen! Alter Leute, ne? Der steht draußen, hat ne Schrote in der Hand! Siehst der? Jaja, der hat beschlossen, der steht am Fenster, ums Fenster rum! Einen hab ich hier draußen! Der hat sich ergeben! Leute Leute! Ich hör Schritte! Von hier aus dem Treppenhaus! Bleib mal da stehen! Der kann sein, dass der jetzt von hinten kommt! Der kommt von hinten! Alter! Ich hab nen Sibillian! Ist so geil, dass Mena war mir komplett one-less. Du dumm bist, Mene! Mene, wo bist du denn? Ich bin draußen und hab den mit der Schrot von euch angelegt! Ne, dann waren es zwei! Dann waren es zwei mit Schrot! Weil der kam grad bei uns durch die Tür gerannt! Und doch, was ist das? Ne G19 ist das ne Schrot? Warum gehst du alleine hier durch? Wir haben doch gesagt, wir machen erst da die Räume! Ich hab euch doch nur geschützt! Ne, hast du nicht? Ne, das war der nicht! Nein, es war ein anderer! Der kam vom Innenhof durch das Atrium gelaufen und dann ist er durch die andere Tür! Ist doch egal jetzt! Natürlich! Den haben wir erschossen, Zwiebel! Nicht da rein, Brilli! Nicht da rein! Ja, ich gucke! Warum, wo willst du hin, Mene? Na hier weiter! Das andere Haus machen! Also mindestens einer ist noch im Hof! Ja! Ja, lass doch den Hof hoch sein! Das hast du selber gesagt, Brilli! Ja, lassen wir auch! Ich kann doch mal drunter hergucken, oder? Ja! Aber jetzt wäre ja so ein Wedge nicht schlecht! Oder irgendwie sowas! Ich weiß ja nicht! Was ist denn das? DMB2? Mausbutton 2? Ah, das ist die Taschenlampe! Ja, warum kann ich hier nicht drunter hergucken? Ne, das ist so ne Spezialtür, wo das nicht geht, glaube ich! Wie, wer läuft denn da? Na latscht ihr rum, oder? Ja! Okay! Jetzt hab ich aber auch andere Schritte gehört, im Haus! Da oben ist auch ein Balkon, ne? Denk dann! Ja! 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 Oh genau! So SUK! Mist, 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 Mist! Oben, unten, wo? Unten! Kacke! Sehn nicht! Ich schmeiß ne Flash drüber! Warte, wo bist denn du? Wo seid denn hier? Ne, um die will runter jetzt, mene. Trilie! Um die Ecke rum, da oben auf dem Beet stand der! Da is'a! Und einen habe ich erschossen, der lag direkt davor, habt ihr den nicht schon reportet? Ne. Er schießt den da. Ich kann nicht mehr schießen. Aber da vorne, da lag einer. Den habe ich schraub gemacht. Kill'em all! Kommt einer durch die Tür? Nee, ne? Alter, was machst du denn, ey? Wo warst du? Du hast aber nicht auf den geschossen. Ich hab mein Magazin neben den geballert und musste dann wechseln. Was? Wer ist alleine? Hat er ja die ganze Beziehung schon gemacht. Mach das schon, kein Problem. Warte mal. Ja, aber du hast ja noch den ganzen Innenhof und das Haus und so. Der Innenhof ist ja nur einer. Naja, da laufen aber, ich glaube die werden irgendwie getriggert und laufen dann da durch. Laufen irgendwie quer. Da ist nochmal scheiße in dem Haus. Was? Ich hab keine Angst. Du musst doch keine Angst haben. Wir sind ja bei dir. Soll ich neu starten? Nee, warte mal. Nee, warte mal. Ja, aber der Mena hat's doch einfach nicht verdient in dieser Folge. Hä? Warum nicht? Weil er nur Alleingänge gemacht hat. Er war nie da. Er hat mich gerade auch nicht beschützt. Klar, ich hab den doch gekillt, du Nase. Den hab ich selber gekillt, nachdem ich nachgeladen hatte. Ah! Hast du Nachsichtsaufgaben? Mene? Nein. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen. Neue Folge. Eine ereignisreiche und dennoch erfolglose Folge. Guck sie dir bitte an, Brilli, ich hab ihn erschossen. Nein, ich hab ihn erschossen, nachdem ich nachgeladen habe. Ja, mit deinem Tailser hast du wahrscheinlich ertut. Aber das ist einfach so lange dauert, bis ich nachladen muss. Bis du da endlich mal kommst, ist auch schon geil. Dabei waren wir ja nebeneinander. Genau. Also, nächste Folge geht's weiter. Hier im Haus des Schreckens. Nicht mit Rewe. Rewe wär mal schön, aber wir kriegen hier bloß irgendwie Kugeln verpasst. Weinhof des Schreckens. Ja, genau. Der weinige Hof des Schreckens. Also, bis zum nächsten Mal. Schaut rein. Und viel Spaß. Ciao.